so ich wünsche euch allen schönen guten morgen heute endlich mal wieder bis 20 grad aber lange drauf gewartet 1 2 1 2 2 3 4 5 5 10 12 12 13 13 14 15 21 23 24 25 25 25 25 28 27 30 31 31 30 32 33 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020